So, einen wunderschönen guten Abend. Darth Wehner wieder mal hier. Mit dem Neox59. Hallo Neox. Hallo Darth. Was spielen wir denn heute? Heute spielen wir Metroid Prime 2. Multiplayer, gegeneinander. Gegeneinander. Machen wir jetzt Beutinjagd oder Todespartie? Okay, wir machen Todespartie. Genau. Wir machen 5 Minuten, würde ich sagen. 5 Minuten, ja. Na? Ja. Punktelimit, 10 müsste eigentlich auch reichen. Ja. Das sollte ich hinkriegen, dich auf das Ziel in der Zeit. Jagdfieber, was hat das? Was hat das? Das ist keine Ahnung. Jagdfieber. Kannst du da irgendwas ändern? Nö. Äh. Das bin ich nicht. Hallo? Entschuldigung. Äh. So, äh. Jetzt haben wir 10 Minuten. Aber 10 Minuten wieder. Achso. Entschuldigung. Gut. Welche Metten nehmen wir denn? Wir nehmen, äh, ich würde mal sagen, Randhüpferstation. Das ist unsere Lieblingsmap gewesen. Ja, das ist unsere Lieblingsmap, wo ich, äh, wo wir einen sehr netten Todespartie, Glitch gefunden haben, mit dem Todes, äh, mit unserem Mothball. Ja, ja. Na gut. Hoffen wir, dass alles, äh, optimal funktioniert. Na klar. Ja. Ach, nochmal für dich kurz die Steuerung. Wir haben hier unsere Wiimote. Mhm. Und mit A jumpst, ne, mit A schießt du und mit B, äh, jumpst du und C halt, dings, ne? Wir probieren es einfach aus. Oh. So, dachte ich. Oh, geht ja schon los. Äh, Steuerung, Steuerung, Steuerung. Gut. Okay. Alles klar. Aufladen. Yay, das geht. So, äh, wie war denn der Zielmodus nochmal? Mit, Z. Z. Yeah. Ah, f***, 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 f***ing. Come, take it. Take it. Okay. Mist. Na komm. Ich steh hier auf, f*** fest. Das läuft doch. Na, wo rennst du hin? Du willst dich doch wohl nicht aufladen, du Sau. Alter, wo kam das her? Never. Nicht von hinten, Kollege. Nicht von hinten. Oh, doch. Nee. Doch. Sau, Alter. Aber richtig. Nee, da holt er mich von hinten, dieses Ars, Alter. Ah? Okay, das war's. Das lief ja, äh, ne? Das war ja schon ein bisschen krass gerade. Ja. Aber ich sag doch. Alter Schwede. So. Äh, ja, für die Leute, die es noch nicht ganz mitbekommen haben, haben wir eigentlich schon gesagt, das war gerade Metroid-Span... Äh, wow. Wo bist du denn hier? Komm her. Komm her. Ne. Wo kam das her? Ich hab den Death-Ball eingesammelt. Ich krieg dich noch. Na komm. Wo bist du hin? Du kannst mir doch nicht weglaufen! Oh, doch. Ja. Nein! Verdammt, wo kam das denn her? Das kam daher, wo es herkam. Aus dem Universum des Todes. Nein! Deines Todes. Kannst du doch nicht machen. Oh, doch. Wie du gesehen hast, ich hab's gemacht. Wie steht's denn jetzt gerade? Äh, zwei einzumig. Zwei zu eins. Wow. Ja, super Missiles. Ohne Worte. Wuuu. Ohne Worte, super Missiles. Genetzt. Ja. Brauch ich Missiles wieder. Wow, Death-Ball. Naja, wird dir aber nicht helfen. Ja, das glaub ich auch. So, wie viel haben wir noch? 1,25. Steht noch Gleichstand. Meine Güte, komm. Ich müsste dich eigentlich abziehen, aber sowas von. Aber ich bin... Ah, Mist. Oh, noch eine Minute, die ich durchhalten muss. Oh. Oh, das hält mir alles nicht. Brauch Missiles. Der Lightbeam. Okay. Komm an Land hier, Kollege. Das ist doch unfair. Komm her, hier. Ich hab's hier, glaub ich, gesehen. Hier hab ich auch. Wo bist du? Alter, fuck. Ja. Never. Doch. Oh, man. Aber so richtig. Alles klar, die Runde geht auf dich. Das ist so ein Kack. Aber hast dich gut geschlagen. Oh, okay. Sogar das... Ja, was ihr gerade gesehen habt, das sind Visors. Damit kann ich dich besser sehen und so. Sie sind cool. Okay. Aber Rang 1. Der Light Suit hat gewonnen über den normalen Barrier Suit. Alter Schwede. Ja. Ja, meinst du, wir kriegen noch eine kurze Runde hin? Äh, sollten wir... Vielleicht... Auf das... Ähm... Keine Ahnung. Wir schrauben einfach nochmal auf drei Minuten runter. Geben wir auf drei Minuten? Ja. Und dann legen wir sofort los. Ja. Perfekt. Definitiv. Du willst ja eine Revanche gleich haben. Ich will gleich meine Revanche haben. Okay. Zwei Runden müssen drin sein. Ja, ich bin einfach irritiert, weil ich anders meine Steuerung habe normalerweise. Achso, ja. Würde ich dann auch sagen. Nein, ich schieße wirklich normalerweise... Also ich spiele ja selber hier Metroid Prime 2. Und ich schieße mit B. Das ist einfach eine andere... Oh, wo ist mein Cursor? Lass mal Cursor. Äh, ist einfach eine andere, ganz andere Steuerung als... Muss'n das sein? Ich will diesen Scheiß der Spall nicht. Ich will lieber massive Zerstörungstrap. Kacke. Oh, Kacke! Aber es hört mir nicht abgezogen. Oh, und ich bin direkt wieder bei dir. Und er sieht mich nicht. Nein! Ja, ich bin mir abgezogen. Gesaugt. Scheiße. Jetzt bin ich im Nachteil. Aber egal, ich hole das auch wieder raus. Dafür habe ich die erste Partie gewonnen, so wie es sein musste. Ero. Na, wo bist du? Verpiss dich. Nein! Ich habe den Glitch schon wieder. Ich habe den zu Tode geglitcht. Oh, ich habe sie. Es hat funktioniert. Ich habe gedacht, diesmal wird das sicherlich passen. Das wird nichts passieren. Oh, ich habe sie zu Tode geglitcht. Oh, nein! Ich habe sie zu Tode geglitcht, so musste das sein. Jetzt hast du einen Deathbowl, ne? Oh, ich habe dich schon wieder ausgelärtet. Schon wieder geglitcht, du Sau. Ja, aber wie? Hörst mal auf mit dem Kack. Ja, ich muss auch meine Punkte verheilen. Oh, wie schwul ist denn das bitte? Das kann es doch nicht sein. Und weg bin ich. Oh, ja. Renn doch weg, du. Ah, no way. Kriege ich nicht mehr hin. Gutes Spiel, Neox. Gutes Spiel. Alter, du Sau. Mit deinem scheiß Glitch, du. Ah, der war gut, oder? Ich hasse dich dafür, Alter. Einfach nur ein Spielzeug. Und ich bin so eiskalt, schamlos und nutze ihn auch noch aus. Und einmal war es echt nur Glück. Alter, ich dachte, es wird nicht mehr passieren. Ich dachte echt, es wird nicht mehr... Weißt du, ich dachte gut, okay, das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Und dann roll ich in diesen Kack da rein, ey. Da roll ich in diesen Scheiß. Und du hattest Deathbowl. Du hattest Deathbowl. Und ich hätte... Ja! Nicht nur das, ich hatte noch einen Darkbeam dabei. Ey, Geil, jetzt ist sowieso aus so eine Scheiße, Alter. Aber wie? Aber wie? Oh man, dafür gibt's den Mitternacht. Ja, System Hack noch. Aber nein. Ja, sehr gut. Oh man. Sehr gut. Oh man. Gut, Leute, danke, dass er wieder mal zugeguckt hat bei Let's Fail Darth Vader. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn's wieder heißt Let's Fail Neox 59. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Bistis.